Logik! Fall vom Himmel! Alter! Unfüllung! Ja, K.O. TV. Aber wir führen immer noch den Alarm an. Ich will auch, dass es so bleibt. Und jetzt holen wir den A-Punkt. Ja, klar. Ja, dann versuchen wir ihn noch mal zu halten. Yes! Kill! Yes! What? Nein! Von hinten! Alter! Von verbinden 100% weggegeben! Ballert! Nein! Er kann nicht aufhören zu schießen oder so! Nein! Kein Medic hier, würde ich mich verarschen! Ach, zur Hölle hat mich jetzt weggeholt! Eine Orion aus, aus... Hä? Wo kamen die Schüsse her? Ich bin ja da, ich bekomme! Wahrscheinlich, sorry oder so! Ah! Ah! Don't run in front of fröh autofight! Ich steh schon da, seit... 2 Minuten! Spast! Schuss! Schuss! Hä? Du könntest ja aufhören zu schießen! Das wäre auch ne Bude! Aber... Das kennen die ja nicht, die Leute! Schuss einfach weiter! Alles klar! Warum treffe ich mit dem One-Hit-Messer keine Leute mehr? Ich stand direkt neben ihnen und habe Messer angedrückt und das Messer fliegt einfach durch ihn durch und es passiert nichts! Vielleicht hast du schlechte Verbindung? Äh... 80 ms! Vielleicht liegt der Server? Ja, das... Das... Das glaube ich allerdings! Fuuuuh... Diese Wixe... Alter! Einschluss hat mit irgendwas geblieben und das kann man nicht da! Bleh! Ehh... 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 Video zuфü Spitzen S conflicts Ehh... Utrop Etwas ist wie erst photographers hält hier seit so Goodnight ja好吃 es geht auch er ist ja schon mal positiv aus heiter mein Messer fliegt mit durch die Gegend aber es tötet nichts warum ich fühl mich verarscht von diesem Spiel aber so richtig nein die sind so gut hier wo es eine Standard-Baffe ist stehst A-Punk angenommen, ich bin echt gut Wutte Ich wusste gar nicht, dass ich es tatsächlich mal wieder schaffe, mit der Underboss Kiss zu machen Oh, da ist eine Galaxy abgestürzt. Und fuck yes! So ne, ich mach alles Sichtbargranate eingeschlagen. Die ist uncool, wenn du ein Stalkerspion bist Eine Sichtbargranate? Ja, EMP, da geht deine Unsichtbarkeit weg und dein Schild weg. Das ist richtig scheiße, wenn du als Stalkerspion irgendwo in der Mitte sitzt Ja, das ist für mich eine Sichtbargranate, wenn ich ein Stalkerspion bin Sonst ist es ne EMP-Granate? Ja Das ist logisch Ich fände, du wirst gleich vergessen Wahrscheinlich Aber eigentlich ist es sicher hier recht gut Ja, weiß, dass es nicht gesehen sei Aber... Nun weiß ich nicht Wahnsinn Absolut 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 Ich Already Schnellbeuerschütze gesehen und mir in den Rücken geschossen, aber Loki holt mich, ja. Dankeschön. Und ich bin wieder tot. Direkt von dem Raketenwerfer an die Seite bekommen. Folgt mich der nächste Medic. Aber ich stehe wieder und diesmal renne ich direkt in Deckung, das ist mir zu doof davon. Das sollte immer so gut in Deckung gehen. Grundregel. Das ist ein Klin-Hate. Geil, jetzt schießen wir auch noch die Verbündeten in den Rücken. Sensor. Nur Zeichen. Stimmt, ich könnte auch mal... Apropos Sensor. Sensor, ne? Ja, da geht's. Ich sammle mal XP. Oh, dein Haus. Ach so. Hey, da rennt ein Spion. Du hast erstellt, von uns, die Verbündeten gekillt hast. Nee, da macht er nichts. Es ist hier, es ist ein guter Mann, er ist da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Wenn er genau wo du aufgehört geschossen hast, ist er geschossen, Mann Es kommt jetzt ein Push, und wir pushen das von Sehnsucht direkt Ich warte nur raus K.O.TV sammelt sich schon Ja, ich glaub, oh nee, das schaffen die nicht Schon der bigste Arsch Ich hab das gut raus, oder? Schlepp Oh, schau, ey, keiner ist in meine Schüssel gerannt, Alter Ich hab auch nie das Stück gleich immer zu kommen Alles langweiler Ja, das ist zweimal, vielleicht Du brauchst die Gleichzeit mit Warnungs, was sonst Alter, 40 zu 40, was ist das für ein Alarm? Wie fällt dir ein Lift-Comp-Zentor gegen, bei den Terranen? 20 Sekunden Ah, fuck, aber das kriegen wir nicht 20 Sekunden 5 4 3 2 1 Verloren Yay Schön, wir haben die Warnungs uns aufgeholt Wahrscheinlich Ich traue ihn zu Ja, das ist ihre Logik Das ist logischerweise Aber die Oma, die die in Kauf halten, die Basin Ja, dann nehmen wir Ray Ben-Lenning, Alter Ja Ja, komm wir hin Verlegen und hoffen, dass wir das bauen können Ja Ja, geht Aber der Sanderer, der da steht, ist scheiße Echt? Also man kommt schon zum A-Punkt, aber der Weg ist zu lang, um den zu halten, weißt du? Ich weiß Ja, vielleicht Ja, stimmt Nein, du kommst hin Ohne Problem, mit jeder Einheit, aber der Weg ist zu lang, um, wenn hier wirklich eine Schlacht ausbricht, den zu halten Und jetzt kommen zwei MDK-Galaxies Das heißt, jetzt ist dann eh vorbei Oh, warum noch ein Problem da drin ist Die nehmen wir uns grad schon den A-Punkt weg Hm Natürlich werde ich wieder gesehen, ey, ist richtig assig einfach Ja, es waren Leute drin, und zwar viele